Guten Tag, mein Name ist Alemangen. Heute werde ich über mein neues Produkt sprechen. Mein Produkt heißt Selbstreinige Schminke-Bürsten. Jeden Tag sollten wir Schminke-Bürsten reinigen. Aber es ist schwierig, die Zeit zu finden. Es ist wichtig, die Bürsten zu reinigen. Die Bürsten zermahlen wie Bakterien und Schmutz. Schmutzige Bürsten werden Sachen, Acne und hässliches Schminke. Jedes Mädchen schlimmsten Albtraum. Die Selbstreinigen Bürsten reinigen sich alle Viren und Zwanzig Stunden. Der Bürstengriff ist mit antibakterialem Gel gefüllt. Dieses Gel enthält Viren und ist Alkoholfrei. Alle Viren und Zwanzig Stunden sind die Bürsten sauber und frisch. Die Qualität der Bürsten ist ausgesiegnet. Die Bürsten sind leicht und flauschig. Wo kann das Produkt gekauft werden? Dieses Produkt kann in jeder Apotheke und in jedem Online-Schminke-Geschäft gekauft werden. Das Produkt kostet 40 Euro. Das Bürsten set enthält vier verschiedene Bürsten. Und, was sind die Vorteile des Produkt? Die Vorteile sind einfach zu bedienen und zu reinigen. Das Produkt ist etwas zu bedienen. Das Produkt ist etwas teuer als seine normale Bürsten. Aber besser und reiniger. Danke. Das heißt, Sie schauen Gott wлена Frisk. inappropriate.